Risk On hieß es in den vergangenen Wochen an den internationalen Aktienbörsen. Die Folge, defensive Papiere wie Bayersdorf, Fresenius oder auch eine Henkel kamen noch nicht wirklich in Sprung. Was nicht ist, kann bekanntlich noch werden. Wir schauen es uns an. Aber zunächst, Sie wissen es wie immer, der Blick auf die Rechtshinweise. Denn dieses Video stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen spiegeln lediglich die Meinung von Primequants wieder. Die vorgestellten Produkte werden zu Demonstrationszwecken gezeigt und Aussagen, die die Zukunft betreffen, sind immer risikobehaftet. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Langfristchart. Ja, hier zunächst natürlich ein schöner Aufwärtstrend, allerdings mit Macken. Denn wir sehen, dass wir im Jahr 2017 momentan nur ein kleines Plus von 2,5% vorzuweisen haben. Im Vergleich zum DAX ist das natürlich gar nichts. Der konnte schon zweistellig zulegen und seit einem Jahr ergibt sich sogar bei Henkel momentan ein kleines Minus von 1,32%. Ja, die Hiobsbotschaften gehen weiter, wenn wir auf den Trendchart gucken. Denn wir notieren sogar unter der 200-Tage-Linie, befinden uns seit dem 12. September unter dem GD200. Haben seit dem 1% verloren. Ja, warum seit dem 12. September? Da sind wir einmal kurz nochmal an den GD herangelaufen, konnten den sogar mal kurzzeitig überbieten. Sind aber mehr oder weniger an dieser langfristigen Trendlinie gescheitert. Das gilt es so ein bisschen im Auge zu behalten und sich einmal jetzt diese 119 Euro zu merken. Dort verläuft momentan die 200-Tage-Linie. Das wissen nehmen wir einmal mit und schauen uns den Balken-Chart etwas genauer an. Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass bei Henkel gar nichts geht. Im Gegenteil, wir arbeiten schon an einer Bodenbildung bzw. daran, diese Korrektur, die ja seit Juni läuft, zu beenden. Im Fokus steht daher nun zunächst einmal das September-Top. Das ist jetzt der erste nennenswerte Widerstand auf der Oberseite bei 118,80. Das deckt sich so ein bisschen mit der 200-Tage-Linie, die wir uns ja gerade schon angeschaut haben. Und dann natürlich auf der Unterseite das August-Tief bei 111 Euro. Sollte das jetzt Bestand haben, also sollten wir das jetzt verteidigen, also hier die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, dann könnten wir hier durchaus einen Aufwärtstrendkanal konstruieren, der nochmal ein ganzes Stück auf der Oberseite freisetzen würde. Also die obere Begrenzung verläuft momentan im Bereich von 132 Euro. Allerdings zuvor würden wir noch einmal auf das September-Top aus dem Vorjahr treffen. Das ist der Bremsbereich bei 123 Euro. In diesem Rahmen bewegen wir uns jetzt hier grob bei Henkel. Und jetzt könnte man nochmal einen Blick auf die Analysten-Einschätzungen werfen. Ja, und die sind durchwachsen, sage ich mal. Das ist eine UBS, die kam Anfang Oktober mit weiterhin Verkaufen. Das Ziel liegt hier bei 109. Demgegenüber eine Societe General mit einem Kursziel bei 149. Also hier die Analysten gehen noch sehr weit auseinander. Nichtsdestotrotz, die breiten Trends an den Aktienmärkten zeigen momentan nach oben. Short Trades sind schon ein Risiko, sich hier gegen den Bullen zu stellen. Deswegen würden wir auch hier die Long-Seite favorisieren. Und ein Setup könnte hier wie folgt aussehen, dass man darauf spekuliert, dass doch auch Henkel jetzt nochmal eine größere Bewegung nach oben gelingen sollte. Auch aus saisonaler Sicht könnte das durchaus passen. Schauen wir uns gleich noch an. Allerdings muss man hier aufpassen, dass wenn wir unter 111, 110 zurückfallen, ja, dann würden sich hier neue Verkaufssignale ergeben. Und die Korrektur könnte sich entsprechend fortsetzen. Machen wir es konkret, holen wir uns dann gleich auch nochmal einen Schein von der Societe dazu. Ein Setup, das könnte dann wie folgt aussehen. Mit einem Turbolong mit der WKN SE4RWS. Die Scheine verfügen über eine Hebelwirkung von 6,1 und werden momentan auf 1,90 zu 1,91 taxiert. Unser Kursziel im Bereich von 132 Euro würde im Derivat einen Kurs von 3,47 Euro entsprechen. Damit ergibt sich eine Gewinnchance von 81,55%. Den Stop-Loss hatte ich schon gesagt. Hier am besten knapp unterhalb von 110. Ich habe jetzt mal 139 genommen. Das wäre im Schein ungefähr der Kurs von 1,20. Damit besteht ein Risiko von 37%. Das ist kurz unser Setup. Jetzt nochmal schnell der Blick auf den Seasonal Chart. Und das ist ganz interessant. Denn Henkel steht hier jetzt durchaus. Könnte nochmal so eine Reaktion nach oben geben. Denn durchschnittlich legt die Aktie zwischen dem 27. September und dem 29. November 6,7% an Wert zu. Wir haben seit dem 27. September aber 1% verloren. Man sieht es hier aber auch am Seasonal Chart. Das ist eigentlich erst die Reaktion nach oben. Erst Ende Oktober kommt. Also durchaus Henkel so ein Titel, den man im November vielleicht mal im Depot haben kann. Das war es dann von mir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und natürlich weiterhin erfolgreiche Trades.